Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Angelino. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Schöner Pass jetzt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Klasse Aktion. Super Kopfball, aber noch besser gehalten. Keine gute Aktion vom Torhüter. Die Chance jetzt. Ball wird abgeblockt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Konrad Leimer. Ah, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich. Der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Ja, schade. Da hätten sie mehr draus machen können. Und da ist der Ball wieder weg. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Spielt den Ball. Santiago Ascacima. Klasse. Jetzt kann er es machen. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor wahren. Klasse Aktion. Ball ist weg. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Da trennt er ihn vom Ball. Super dazwischen gegangen. Schön durchgesetzt. Das ist die Möglichkeit. Kurze Distanz. Kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so. Wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Da ist der Ball weg. Konrad Leimer. Klasse Tor aus großer Entfernung. Das hat er wirklich gut gemacht. Klasse Tor. Hier ist die Wiederholung. Das ist schon eine ordentliche Entfernung, aber da stimmt einfach alles. Der passt und ist am Ende auch nicht zu halten. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bekommt den Ball technisch stark gemacht hier. Auch unter Druck. Sie könnten jetzt flanken. Hertha macht Druck. Das könnte was werden. Da passt er auf und hat den Ball. Sie gehen dazwischen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Niklas Stark. Klasse Tackling. Schön dazwischen gegangen. Jetzt können sie kontern. Da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterschance natürlich nichts. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Da kommt die Hereingabe. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Wolli getroffen hat. Absolutes Traumtor. Schaut uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert. Platziert die Kugel ins kurze Eck. Und drin ist der Ball. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2 zu 0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Vor ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Hälfte. Hertha mit dem Anstoß. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Suat Serda. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Schöner Pasta. Ah, das sah vielversprechend aus, aber abseits. Knappe Geschichte, aber da kam der Vorstoß ein Tick zu früh. Das sind Sekundenbruchteile. So wird die Szene abgepfiffen. Schade. Das hätte durchaus gefährlich werden können. Alles eine Frage des Timings. Sie holen sich hier den Ball. Schön dazwischen gegangen. Andres Silva. Erstmal abgeblockt. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war. Aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichtergesprach. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Plattnaht. Davy Selke. Santiago Ascaciba. Schön vorbeigekommen. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke kommt den Sechzehner. Ball ist erstmal wieder raus. Beim Ballbesitz hat RB Leipzig im bisherigen Verlauf des Spiels Vorteile. Und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vor das Tor, kommen gefährlich vor das Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Heschak-Belfodil. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Lukas Toussaint. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Heschak-Belfodil. Spielt den Ball. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Emil Forsberg. Flanke kommt in die Mitte. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier den sicheren Treffer. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Eck in den Strafraum. Jetzt kommt die Flanke rein. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Wir blicken auf die Wiederholung. Da ist die Flanke. Und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht. Und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. So, rüber. Auf die andere Seite. Konrad Leimer. Sie sind weiter am Ball. Fragis, wo ist die Lücke? Die Leipziger machen Druck. Tor für Leipzig. Super Aktion. Da lässt er ihn einfach stehen. Setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung. Und ein sensationeller Abtriff. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1. Der neue Spielstand lautet. Darida. Sauberes Decklegen. Und so haben sie jetzt Ballbesitz. Orban. Nordimukiele. Einwurf jetzt. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Tyler Adams. Konrad Leimer. Sieht gefährlich aus. Die Flanke jetzt. Er kann klären. Und das ist der Schlusswiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg. Auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Sie waren die eindeutig bessere Mannschaft. Nurz Presse. Man hat zwei Minuten vor der Duca. Ab셀 what estar omdat таким ist. Von Bescher. Von Bescher. Spin Sakura.